Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Skill mit dem Spanty sprechenden Kloster Hallöchen meine Freunde und wir haben heute eine Menge zu besprechen zum Beispiel wie man richtig spielt bei ähm Skill wie man sieht äh trifft praktisch mal wieder geilen Schuss und es ist wieder zu lobig irgendetwas zu treffen aber das ist ja auch nichts nein ich muss nachladen ich hab kein Moni mehr naa du bist nur äh fecken du bist einfach nur schlecht du verlierst so gegen das abgabberg du bist du übrigens nicht klassistisch werden oder sonst wie das ist einfach nur ein bisschen Spaß für euch wer es nicht versteht dann seid ihr auf jeden Fall falsch ja das seid ihr wirklich ja ich war ja klar der Party ich bin ja du nicht es wird knapp fast auf einen trampolin klampolin klampolin klammklo lieben stirbt schlacken glaub mir das wird kein skill das will lacht ja genau drauf gehalten weil du hast kein skill du bist ja 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 genau ihr wollt ja genau mein mann deswegen konnte ich nicht schießen deswegen habe ich genug und deswegen habe ich genug und deswegen hat sie Patrick ich habe es nicht vor meinem Knife auszuweichen geht ja nicht wenn ich nachladen muss schiep 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 Brüder können er ja von Wege richtig und hat können was weiß ich Hitler da war eine Schlotze aber kommen wir kommen in der Schlotze für die Stadt Kriechner kann ich nix zu ziemlich ungewollt wieder so lange also lange ich habe lange nicht doch deswegen und sehr ungewohnt für mich ich bin schlecht mein Vater du bist richtig schlicht nein ich habe nichts für dich auf die große Zeit mein Gott hat ja ja das drängt alle genau ach komm doch deine Oma ey die Runde das war extra ne ja ja jetzt kommen wieder die Lastläden nein sehr schön gezielt und einfach abgedrückt hat es etwas zu lange gedauert aber da schreit ich noch drauf die Linden er Prozent er machte dort noch er machte dort auch er ist hat Prozent Mission Objective und in die Juni am 1 ja genau dein auch mal mein Freund Alter, deine Oma hat nur einen Dickenschwanz Haha, ich weiß Hat er dich schon eh mal? Nein! Trapolit Hahaha Nee, springt Schau, schau, schau Du bist so leid, du! Du bist so leid, du! Eliminate all enemy units Oh, da hast du Lack gehabt Ah, das hast du Lack gehabt Du meinst, dass ich Lack hatte Äh, das war Lack Der Headshot war vielleicht Lack, ja, okay Da gebe ich dir recht, aber Ich will nicht Nein, nein, Alter, ich kann nicht mehr laufen Lol, wieder, das hat gesplackt Ja, deine Oma hat geschmückt Alter! Nein! Was machst du denn da unten runter Schau mal die Scheiße weg, du kleiner Pisser Ich weiß das nicht mal, das ist das Ja, ich sag dir das Lack Ja, gut, dann hat er sich noch mal Reichweite Ich schieße dreimal auf das Fragezeichen, was er geht auf nicht Ja, genau Guck mal, guck mal Ich kann, wenn man auch nicht will Du bist tot, du bist tot Du bist tot, du bist tot Guck mal, ich brauche ja noch eine Runde gewinnen, also von daher Ja, dann ist wohl bei dem Problem Ja, nein, der spackt gar nicht Nee, nee Nee, das spackt nicht So, da hab ich gewonnen Eindeutig sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns jetzt sofort wieder in der gleichen Folge Bei so, tschüss So, tschüss So, tschüss So, tschüss So, tschüss